Es ist Geisterstunde, wenn der Schattenmann kommt. Die anderen sagen, die Geisterstunde ist um Mitternacht. Ich glaube, sie ist um drei Uhr nachts. Dann, wenn ich als Einzige noch wach bin, wie jetzt. Wo bin ich? Im Land der Riesen. Oh Mann. Warum hast du mich mitgenommen? Weil ich dein einsames Herz gehört habe. Ich höre das ganze geheimnisvolle Flüstern dieser Welt. Ratser! Sophie, versteck dich. Habst du ein neues Zwinzling? Ratser! 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 Nummer Ausfall! Ratser! Östers! Reden Ahnung! Fertig! Ferren Sniper- Deine Ahnung! Wählt tre Sekke? Vielen Dank.